...für die Einteilung der Zeitung, die wir jetzt im nächsten Jahr kommen, sondern wir müssen ja zum Glück kommen. Es ist langsam auf dem Weg dahinter, aber es ist noch nicht weg. Wenn man heute im Hinblick auf den Vorausschiebenden zufällt, es ist hart, schlaf, ab und spiel den Mais und wollen auch da natürlich das Reichweite der Landwirte holen. So, Hannover heißt alles, dass ihr euch heute genannt habt, wir sehen im nächsten Jahr zum letzten Mal Alexander Vöck. Der Nimmerhaus 2 ist mit einem wichtigen Sieg im letzten Spiel gegen Makao, seine Mitiglise war sehr gerne verletzt, ich hoffe ich noch mal, die kommen jetzt. Der Nimmerhaus 3 ist aus Berlin eingelogen, gestern, Armin Völder. Aber hier ist heute gar nicht gelogen, oder das ist gelogen, eigentlich hätten wir nicht wissen, er hat seinen Job verlegt, wir können seinen Einsatz verlegen, wir können das nicht nur ganz schön demonstrieren. Und der Nimmerhaus 3 ist hier los, er geht sich nach Bursch, auch heute noch ein Mal. Applaus Und der Nimmerhaus 3 ist hier los, er geht sich nach Bursch mit dem Doppel 1, der Nimmerhaus 3 ist hier los, er geht sich nach Bursch mit dem Doppel 1, bis jetzt. Das war nicht. Das war nicht. Schwertest war einiges Gespräch. Das war nicht. Ich hässere Technische positional, Vielen Dank.